Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe in meinem letzten Video erwähnt, das ist eine Katastrophe. So vielerweise haben sich da zwei Frauen in einem Bus gestritten. Eine Frau hat dann die Busfahrerin provoziert. Und dann kam es zum Streit, da musste er vor meiner Haustür anhalten. Was ist das jetzt? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss kurz... Oha, WTF! Warum bin ich nicht 10 Minuten? Ey, bei Leuten, ne? Also da fährt gerade noch der neue Bus. Also wir haben üblich eine halbe Stunde gewartet. Eine Stunde, ne, halbe Stunde haben wir jetzt gewartet. Der hat vorher irgendwas kurz vor 20 Uhr, kurz vor 8. Ja, jetzt um 4.30 Uhr, halb 8, irgendwie sowas. Mit Verspätung natürlich. Ach Gott. Und die haben sich halt geprügelt, kam die Polizei, jetzt haben die das geregelt. Die Frau kriegt jetzt eine Anzeige, die da jetzt rumgemeckert hat. Jetzt provozieren sich nichts draußen, ich bin jetzt wieder drin. Und hab jetzt aufgenommen, weil ich muss ja nur duschen, alles drum und dran. Ja. Was? Schon wieder glitzen. Weißt du. Quatschen jetzt da, wahrscheinlich prügeln sie sich. Jetzt rastet das Kind davon noch aus. Ich will gar nicht wissen, was da noch passiert, Leute. Aber wenn wir denen auch sei, Leute. Ich würde sogar sagen, dass wir jetzt aufhören. Und ja, ich wünsche noch einen schönen Tag. Yay, wir haben Samstag-Komedia-Pappen-Videos mehr nicht. Ja, ich würde sagen, ciao, ciao.